So, hallo und herzlich willkommen zu den Smoke & Joy Produktinfos. Heute speziell im Programm die Smoke & Joy Pipe 2.2. Wichtigste Info dazu, diese E-Pfeifen darf man nicht verwechseln mit einer herkömmlichen E-Pfeifen, die am normalen Markt zu haben ist. Diese E-Pfeifen werden bei Smoke & Joy extra aufgebaut und sind auf Wunsch in verschiedenen Farben erhältlich. Das Besondere an diesen E-Pfeifen ist, dass sie im Zugverhalten einer normalen Tabakpfeifen sehr ähnlich sind. Bestätigt wird es durch die Tatsache, dass 80% unserer Pfeifenkunden ehemalige Tabakpfeifenraucher sind. Das Positive daran ist, dass 50% dieser Kunden auch Damen sind. Das Angenehme dabei, und das ist auch mein persönliches Favorite, das Drücken einer Taste zum Ziehen folgt weg. Man kann einfach fröhlich drauf losdopfen. Sollte der innige Wunsch nach einer funktionierenden E-Pfeifen bestehen, einfach in den Shop kommen, das mal ausprobieren, sie das anschauen und schon ist man dabei. Enjoy!